Du suchst eine detaillierte Beschreibung von Aufbau und Funktion der Fahrradkettenschaltung samt einer Anleitung zur Wartung, Einstellung und Reparatur? Dann solltest du unseren Artikel hier zu lesen. Dort geben wir auch Tipps zur verschleißschonenden Behandlung im Fahrbetrieb. Den Link zu unserem Artikel findest du in der Videobeschreibung gleich unter diesem Clip. Untertitelung des ZDF, 2020